Benike Gokuryu Ikarashi 35 cm. Schlecht, kann man nicht sagen. Kommt kein Samen. Also frischer Sandsäu. Das ist ein sehr guter Koi. Es ist kalt überwintert. Also die sind jetzt gerade wieder etwas wärmer geworden. Deswegen können wir die jetzt zum Verkaufen neu filmen und fotografieren. Sehr schöner Koi. Sehr, sehr gut.